Woher? Oh Mann! Sag mal hallo! Sag mal hallo! Hallo Mates und willkommen zu einer weiteren Episode Insektenfutter, heute mit Betty! Hallo! Die ein bisschen Paranoia hat und hier nicht weiß, was sie machen soll. Und dann fangen wir auf jeden Fall gleich an. Fangen wir direkt an. Hi Betty! Bleib sitzen! Es wird auf jeden Fall kompliziert, denn sie ist nicht gerade dafür bekannt, stillzusitzen. Auch wenn sie schon etwas älter ist. Und ich habe hier einfach ein paar Fragen von euch bekommen auf Twitter über sie. Ist eine sie übrigens. Und ich dachte mir, machen wir das doch einfach mal. Beantworte ich da ein paar Fragen über die kleine Betty. No? Was geht ab? No. Ob geht's, Alter! Also wie heißt denn nun mal die erste Frage von Colin und das habe ich ja gerade schon beantwortet. Sie heißt Betty. Ist da hinten jemand? Nö. Und die Rasse ist gemischt. Auch von Colin. Ich weiß ja nicht mehr ganz genau, was da alles drin ist, aber schon ganz schön viel. Also so eine richtige Mischrasse. Und ihre Mutter war auch damals so unser erster Hund sozusagen. Jedoch ist sie schon verstorben. Und ja, die Tochter ist da sozusagen dann noch geblieben. Alina fragt, ist dein Hund eher kuschelbedürftig oder Einzelgänger? Und da würde ich sagen, das ist so ein Mischmasch. Denn bei meinem Vater ist sie so richtig hyperaktiv. Will immer dabei sein und so. Immer da sein. Und wenn wir da sind, juckt es sie nicht so wirklich. Außer wenn wir gerade kommen und dann ist es aber dann direkt wieder schnell vorbei. Und dann läuft sie eher alleine rum oder ist hinten oder so. Also sie ist halt eher ein bisschen allein unterwegs. Aber wenn mein Vater da ist, ist sie halt dauerhaft. Nur bei meinem Vater. Aileen fragt, will dein Hund? Betty! Willst du den anderen Hund heiraten? Soll ich dir mal zeigen? Willst du den Hund heiraten? Komm mal da! Betty! Willst du den heiraten? Komm mal hier! Komm mal da! Magst du den? Betty! Betty komm mal her! Willst du den heiraten, den anderen Hund? Willst du den heiraten? Komm mal das Hund! Willst du den heiraten? Komm mal da! Au, au! Und ich glaube irgendwie nicht. Joy fragt, frisst dein Hund Insekten wie dich? Frisst du mich, Betty? Frisst du mich? Nein, du frisst mich nicht. Lenny fragt, die beste Frage meines Lebens. Denkst du, du hättest mehr Klicks, wenn dein Hund deine Videos schneiden würde? Und ich muss dazu sagen, dass mein Hund schon meine Videos schneidet. So traurig das ist. Aber Betty hat ja schon den ein oder anderen saftigen Schnitt gemacht. Und du, warum zitterst du? Denn bist du etwas scheu? Nicht zittern! Ich glaube, sie ist voll angestrengt, weil sie läuft nicht so oft. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht so oft mit ihr unterwegs. Und auch mit meinen Eltern nicht. Das ist halt jetzt so, weil ich weniger Internet habe, habe ich halt mehr Zeit für andere Sachen. Und da soll sie auch nicht zu kurz kommen. Deswegen gehe ich mit ihr auch ab und zu mal raus. Philipp fragt eine interessante Frage. Was würdest du für deinen Hund verlangen, wenn du ihn weggeben müsstest? Und in der Frage ist es halt ein bisschen komisch zu beantworten, wenn ich glaube, ich würde ihn nicht weggeben. Und ich könnte ihn auch an sich nicht weggeben. Weil damals ist so eine kleine Fun-Fact. Damals, als wir die Hunde bekommen haben, wir hatten nämlich einen Hund und die hat halt Kinder bekommen. Und die hatte halt neun Kinder. Und Betty ist die einzige gewesen, die keiner wollte irgendwie. Oder die halt keiner bekommen hat. Und deswegen haben wir sie behalten. Und sonst wäre sie auch gar nicht hier. Sonst hätten wir gar keine Hunde mehr. Und ich glaube halt auch nicht, dass es sich jetzt noch ändert. Weil sie ist ja schon etwas älter. Ich weiß nicht genau. Ich glaube 10 oder 9 oder 10. Und ich glaube nicht, dass sich das noch so ändern würde, dass wir den nochmal weggeben würden. YouTubefreaky12 fragt, ob mein Hund Bratwurst mag. Und ja, ist natürlich eine Spaßfrage von Iblali. Und ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Obwohl ich obwohl. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Warum denn nicht? Ist doch Fleisch. Fleisch! Jetzt kommen noch ein paar Dinge, die ich euch mitteilen muss. Ihr wisst ja immer noch, mein Internet geht nicht. Eigentlich noch eine ganze Woche nicht. Und das ist für mich sehr, sehr problematisch. Das wisst ihr. Ich will Videos bringen. Ich wollte Aktivvideos bringen. Dauerhaft jeden Tag. Das hat sich jetzt ein bisschen problematisch vorgestellt. Ich gebe weiter mein Bestes. Da ich jetzt weiß, dass eine komplette Woche mein Internet sofort down ist. Und ich wirklich diese ganze Woche kein Internet habe. Und ich am Wochenende wieder durcharbeiten muss. Und da keine Zeit habe irgendwas zu machen. Werde ich jetzt hier heute und morgen. Oder noch einen Tag weiter. Versuchen schöne, schöne Videos zu produzieren. Irgendwie. Ich habe ja meinen Internet-Stick. Da werde ich ein bisschen versuchen, was hochzuladen. Und mit etwas Glück haben wir dann die Woche drei Videos. Es wäre grandios. Wenn ihr mich dann trotzdem unterstützt und trotzdem dabei seid. Und trotzdem Bock auf die Sache habt. Kann man jetzt nicht ändern. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem noch am Start und so. Pushpixel kommt morgen, Leute. Pushpixel wird auf jeden Fall morgen kommen. Freu dich drauf. Der Gewinner kann sich auch schon mal freuen, Alter. Du hast auf jeden Fall guten Takes geschrieben. Also freut mich auf jeden Fall, dass du gewonnen hast. Und ja. Ich würde dann sagen, ich bedanke mich hier fürs Ansehen dieses kleines kurzes Videos. Und Betty, willst du noch was sagen? Habe ich mir gedacht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, schönen Tag. Und wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns dann morgen hier. Ciao, Leute. Pssssss. 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 Pssst. Pssssssss. Pssssss. Pssst. Pssssss. Psst.